Hallo und willkommen, ich bin Mk3 und wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe. Heute mit meiner kleinen Zusammenfassung vom Devstream 118, jawohl. Als erstes hätten wir natürlich wie immer eine Bekanntmachung von den Devs, was jetzt bald so alles ansteht. Nämlich zum Beispiel Sachen wie, dass die Switch endlich Warframe erhält. Nämlich am 20. November, was ja schonmal großes Ten ist, schonmal für die Leute. Und dann eine Sache, die wir uns bald physisch quasi ins Wohnzimmer stellen können, nämlich die Umbra-Statue. Jawohl, dafür im November geht es los mit den Pre-Orders, das heißt man vorbestellen kann man das Ding dann. Und diese Figur ist auch limitiert, das heißt man, wenn es erstmal weg ist, dann ist das Ding erstmal durch das Thema, bis sie neu aufgesetzt wird, nehme ich mal stark an. In dem Zusammenhang kann man natürlich auch noch sich T-Shirts organisieren von Warframe. Mhm, gerade mit Umbra-Optiken drauf. Und dann ist noch ein ganz kleiner Nitpick von meiner Seite noch aus. Wenn ihr so Videos macht, die unglaublich toll aussehen und mit einer tollen Musik oder Malt auch sind und eben diese neue Statuette auch großartig im Detail zeigt, es macht viel Sinn nicht zu sehr rein zu zoomen, sonst könnte man die eine oder andere Unebenheit sehr schnell erkennen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich jemand bin auch der, ich sag mal selber, gerne Figuren bemalt, aber auch gerne aus den Figuren kauft generell. Und, äh, also ich, naja, guck, ich bemale Wormerfiguren, die sind natürlich noch kleiner, aber da, äh, kriegt man irgendwann ein Auge dafür, wenn eine Linie nicht hundertprozentig stark ist oder vielleicht die Farbe irgendwo verwischt worden ist. Nicht, dass das bei der Figur jetzt großartig der Fall gewesen ist, aber so Kleinigkeiten, so klitzekleinigkeiten, wo ich sagen würde, oh, 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 da hat einer nicht stark gemalt, würde ich jetzt persönlich sagen, aber gut, das sind jetzt Details, ansonsten sieht die Figur ja toll aus. Und dann schon mal eine Vorschau für Dinge, die bald im Spiel aufschlagen werden, nämlich der Atlas Deluxe Skin. Auch wenn das jetzt hier nur eine Skizze ist, lässt sich aber schon gut erkennen, wo die Reise hinführen wird und muss sagen, ähm, der Kollege sieht deutlich besser aus als der Atlas momentan im Spiel, zumindest von meiner persönlichen Meinung aus. Ich meine, am Ende des Tages ist natürlich wie immer eine Geschmackssache. Dann bekommt auch der Operator endlich mal ein Upgrade in Fortuna, da gibt es wieder diverse neue Rüstsets, die, wie es aussieht, erstmal nur optische Natur, nur was bringen, was. Aber trotzdem kann man endlich mal seinen Operator mal mit anderen Sachen versehen, jetzt die auch wirklich mal ein bisschen aussehen wie eine Rüstung und nicht nur ein bisschen wie, ich sag mal, Robengarderobe in irgendeiner Form sind. Das sieht auf jeden Fall zum größten Tag schon mal sehr fein aus. Mhm. Allesamt schon mal sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mhm. Die Devs arbeiten übrigens auch schon daran, dass diese Skins hernach vernünftig auch aussehen werden. Also nicht wie das Fiasko, was schon mal jetzt momentan noch gerade grasiert im Spiel, dass manche Texturen oder auch manche Sachen so komisch in einen Überklippen und ähnliche Sachen. Na gut, aber die kriegen das schon hin. Die kriegen das bestimmt schon hin. Dann eine Kleinigkeit, die ich persönlich ziemlich cool finde. Die Tatsache einfach, dass wir jetzt vom Arsenal extra so einen Button unten in der Ecke haben werden, wo direkt drauf steht, was wir jetzt gerade erstmal in unserem Operator drin haben für einen Fokus, was schon mal cool ist. Und wir können da auch draufklicken und sofort zum Operator rüber wechseln und da vielleicht was anders einstellen. Das finde ich eigentlich sehr gut, weil sonst müsste man immer so einen leichten Umweg ja fahren momentan im Spiel. Und jetzt geht quasi von Menü zu Menü die Reise direkt weiter. Das finde ich sehr schön. Vor allem weiß man auch immer, bevor man in der Mission wandert, was man für einen Fokus drin hat. Allein schon das ist manchmal, zumindest die Leute, die viel wechseln, wenn das auf jeden Fall brauchen. Ich persönlich habe immer noch Naramon drin und das ist halt schon seit Jahren. Und mal gucken, ob ich das jemals austausche. Dann meinten die Devs auch, dass sie sich in Zukunft ein bisschen zurückhalten werden, wie sie jetzt Warframes präsentieren wollen. Und vor allem, was sie vielleicht für Projektnamen denen vielleicht geben. Weil der eine oder andere, so wie ich zum Beispiel, hatten ja bei dem letzten Revenant zum Beispiel gesagt, oh, ist ein Vampir-Warframe, weil er in Vlad und so weiter und so fort. Und da haben sie danach gemeint, ja, und danach ist die Sache eher Richtung Sentient aber abgewandert. Und in Zukunft wollen sie da ein bisschen präziser sein. Nicht, dass Leute versehentlich einen falschen Eindruck vorher davon vielleicht bekommen. Aber ich finde das gut, dass die Entwickler auch dafür ein Ohr haben. Dass vielleicht so Leute vielleicht aufs Glatteis geführt werden könnten mit manchen Angaben. Aber wie dem auch sei, Schnee von gestern. Jetzt gucken wir uns mal Sachen an, die jetzt wirklich als nächstes anstehen. Nämlich Garuda. Und das ist ja die junge Dame, die auf dem, ich sag mal, die als Element Gore hat, witzigerweise. Und ja, sie wird ja aufschlagen mit Fortuna selbst. Und da gucken wir uns mal ein bisschen an, was für Fähigkeiten sie momentan hat. Wichtig, das ist ein Def-Bild. Und somit kann natürlich die Fähigkeiten sich hier und dort noch verändern. Aber Dinge, die wir jetzt quasi in dem Bild so stehen haben, wäre. Als passive Fähigkeit wird sie bekommen, dass je weniger Lebenspunkte sie besitzt, desto mehr Schaden kann sie machen. Was heißt, man wird ein riskanter Mann spielt mit ihr, desto mehr Damage wird man raushauen. Was schon mal auf jeden Fall interessant ist. Und die erste Fähigkeit wirkt das schon ein bisschen spezieller, denn wir chargen auf ein Ziel zu. Wir hauen es wahrscheinlich in zwei Teile, also mit Festschaden werden wir es wahrscheinlich treffen. Und dann, okay, wir reißen die mir jetzt nicht unbedingt das Herz raus. Aber zumindest haben wir hier nach so eine komische rote Kugel über uns fliegen. Und unter diesem Kugel wird ein Schutzschirm sein, der für eine gewisse Zeit lang hält. So weit, so gut. Aber diese rote Kugel oben drüber hat noch eine Zahl stehen. Das heißt, irgendwie wird man die aufladen können. Die Devs meinten, das wird mit dem Blut aufgeladen. Oder mit dem Schaden, den wir, der das Ding abfängt, das Schild, Fragezeichen. Müssen wir dann mal genau gucken, wenn es so weit ist, was jetzt genau passiert dort. Aber generell ist die Idee halt, dass wir halt Blut für den Gegner aufsammeln und deswegen halt auch diese Kugel oben aufladen können. Und wir können diese Kugel danach runternehmen und auf Gegner schmeißen, damit die explodiert. Ja, und wir können, wenn wir fies sind, können wir noch sagen, wir pumpen extra Energie von uns noch in diese Kugel zusätzlich rein, damit diese Kugel noch mit mehr Schaden explodiert. Ja, für die erste Fähigkeit ist schon eine Menge Holz, muss man gerade mal sagen. Und die zweite Fähigkeit sieht ein bisschen anders aus. Denn wir gehen einfach zum Gegner hin und spießen ihn auf den Speer auf und stellen ihn hin. Wo ich schon sagte, ah, das ist jetzt wirklich auch eine Fähigkeit, die ich für Vlad jetzt gerne bei dem Revenant gesehen haben wollte, so ein bisschen. Aber wie ich muss sagen, ich finde es trotzdem sehr cool, dass man jetzt wirklich als Gegner fehlt, wenn man so will. Und der süfft natürlich Blut raus ohne Ende. Aber Blut ist sowieso das Hauptthema. Dieser Warframe wird quasi in Blut getränkt werden die ganze Zeit, kann man nur fast sagen. Aber ja, wenn man sich in der Nähe von diesem aufgespießten Gegner nun aufhält, wird man auch geheilt die ganze Zeit von dem. Sehr schön. Und wir können natürlich auch tot schießen, wenn man meinen. Aber generell, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Finde ich sehr schön, die Idee. Und die dritte Fähigkeit ist, es schreddert sich quasi selbst und kriegt dadurch Energie. Energie. Das heißt beim Wort nicht, muss da keine Hunter Adrenalin oder sowas reintun oder Rage, weil das ist ja quasi im Warframe schon gegeben automatisch. Und der Witz ist, wenn wir diese dritte Fähigkeit benutzen, tun wir unsere Lebenspunkte reduzieren, womöglich ziemlich niedrig. Und dadurch machen wir dann mehr Schaden. Und wir haben Energie auf einmal. Das heißt, wir können eine Endlosskette von Typen aufgespießereien und ein Stück Gehackereien anfangen. Weil wir haben quasi endlosen Zukunftszug Energie. Solange wir eben Lebenspunkte haben natürlich. Nicht, dass wir, glaube ich, damit wir uns umbringen können, können wir uns nicht. Aber unter Lebenspunkte, glaube ich, auf eins oder zwei Runde knallen. Muss man halt ein bisschen aufpassen in dem Zusammenhang. Und die vierte Fertigkeit. Wir verwandeln uns in... Eigentlich sieht es beinahe so aus wie von nix, ne? Die Idee, dass man sich halt so, ich sag mal, leicht schwebend über den Boden und so eine komische Aura um uns herum haben. Und die saugt jetzt Gegner an. Und das wäre eh natürlich auch noch nicht mal ein Problem, wenn nicht ein Riesenhaufen Schwerter um uns herum fliegen würden, die jeden Gegner in Stücke schneiden. Hmm, nice, sag ich an der Stelle jetzt mal nur so. Auch wenn man das leider jetzt im Video nicht unbedingt 100%ig gut sehen kann, weil, ja, YouTube-Videos und rote Farben ist immer so ein Problem. Aber, ja, diese rote Kugel im Mittelpunkt ist quasi unser Warframe und die Leute, die reinfliegen, sind einfach Toast. Oder eben Schaschlick, würde ich eher sagen. Ja. So, und das wären eigentlich schon die Fähigkeiten erstmal, wie gut, dass er haben wird. Und ich muss sagen, ich finde das schon sehr knuffig alles zusammengesehen, muss ich sagen. Das finde ich sehr knuffig, wobei ein paar Sachen, ich sag mal so, bei den Fähigkeiten, die bauen zwar durchaus aufeinander auf, aber es sind jetzt nicht so krasse Synergien wie bei anderen Warframes zu sehen. Finde ich persönlich. Sowas wie, oh, ich benutze erst die Fähigkeiten, dafür kriege ich dann die obendrauf noch extra Schaden. Sondern hier ist einfach nur Sachen, die mich schadlich nur aufeinander aufbauen. Was aber nicht verkehrt sein muss. Das ist nach dem Motto, mit dem einen kriegt man Energie wieder, beim anderen gibt man Energie wieder aus, du kriegst dafür Lebenspunkte wieder und hin und her und hö und hot. Wir will im Endeffekt rund um das Thema Schreddern von Gegnern und jede Menge Blut produzieren. Hm. Ich glaube, damit kann ich leben. Und dann gibt es natürlich noch andere Warframes, die übrigens bald so eine Art Rework, beziehungsweise ein paar Skills zumindest verändert bekommen. Als erstes hätten wir jetzt zum Beispiel Nix. Hm. Wobei, ich hätte gerne gehabt, dass das vielleicht vor der ganzen Farmerei von Nix passiert wäre. Dann hätten vielleicht Leute auch gerne direkt in dem Zusammenhang Nix Prime gefarmt. Aber wie dem auch sei, jetzt ist es ja vorbei. Jetzt, wie war's, jetzt können sie ja mit Nix wieder buffen gehen, hust, hust. Aber ja, die Passivfähigkeit von Nix wird sein, dass Gegner schlechter sie angreifen können. Das heißt, jeder Gegner, der Nix anvisieren will, kriegt einen Malus auf seine Treffergenauigkeit. Das ist interessant, muss ich persönlich sagen. Und mein Control wird auch mal richtig schön gebufft. Denn, sollten wir jetzt einen Gegner eben gedanklich versklaven, möchte ich mal sagen, und zwar so einen, dann können wir in den nächsten vier Sekunden richtig Schaden in ihn reinhauen, also richtig Dauerfeuer quasi geben. Und den ganzen Schaden, den jetzt dieses Ziel absorbiert hat, kriegt es danach als Damage-Bonus oben drauf. Bestimmt nicht unbedingt eins zu eins den Schaden, aber generell, wenn eben dieses gedankenkontrollierte Ziel eben richtig Schaden gefressen hat, wird es auf jeden Fall deutlich mehr Schaden danach machen können. Allerdings, das ist eine schöne Idee. Dann macht es auch mal Sinn, so einen Typen auch mal zu übernehmen, weil außer jedem anderen aus dem Kampf rausnehmen, war es bis jetzt ja nicht so toll. Und dann hätten wir Psychic Bowls, die erste Fähigkeit von Nix. Gegner, die davon getroffen würden in Zukunft, verlieren ihre Rüstung oder ihr Schild. Und das für kurze Zeit. Und Gegner jetzt, die infiziert sind, die so Geschichten in der Regel nicht haben, werden deutlich verlangsamt. Und die Auren werden übrigens auch ausgeschaltet von infizierten Typen. Und die vierte Fähigkeit, Absorb, sollte sich auch noch verändern. Da werden jetzt Zahlenspielereien auf jeden Fall stattfinden, wie jetzt dieser Schaden, der auch zurückgeworfen wird, berechnet wird. Und womöglich wird auch der Schadenstyp womöglich verändert werden von dieser Schockwille, die wir mit Absorb am Ende machen könnten. Und mehr Details gibt es momentan noch nicht dazu. Müssen wir mal gucken, wenn es dann so weit ist. Aber in der Regel sind das in meinen Augen alles Buffs durch die Bank für Nix. Schön, dass es jetzt sagt, dass ihr so schön buffen wollt, nachdem Nix nicht mehr zu farmen ist im Spiel. Weil wir hatten ja vor kurzem das Ende von dem Prime Volt. So, und dann haben wir natürlich noch Änderung an Titania. Tribut braucht nur noch ein Ziel, damit die maximale Buff-Effektivität rausgeholt wird. Okay, sage ich mal dazu. Dann die Laterne kann man auf bis zu vier Ziele quasi belegen. Das heißt, wenn man die Laterne im Endeffekt die Gegner anzieht, hat die alles doof da drauf gucken müssen. Und ja, man kann auch tatsächlich die Laterne hochgehen lassen. Was manchmal nicht schlecht ist, weil ich habe ja schon öfter gesehen, dass die Laternen quasi durch andere Spieler vielleicht angeschossen werden und dann irgendwo abheben. Im wahrsten Sinne, es ist ein rumfliegende Landschaft, wo sie keinen Nutzen mehr haben. Und jetzt kann man ja wirklich diese Teile eben so lange mit dem Knopf gedrückt hat, eben hochgehen lassen. Und Razor Wings kriegt ein Loot-Vakuum. Ähnlich wie ein Arc Wing. Das finde ich schon wieder sehr cool. Damit kann man endlich mal ein bisschen einfache Sachen sammeln. Weil sonst war das echt ein, hier und da schon ein kleines Problem. Und dann haben wir eine kleine Statistik mal hier vorgeführt bekommen, nämlich welche Begleiter Montan am meisten benutzt wird. Als erstes hatten wir Helios Prime. Und daran bin ich nicht ganz unbeteiligt, weil auch ich benutze tatsächlich Helios Prime eigentlich primär nur. Witzigerweise auf Platz zwei ist der Taxon. Wer hätte das gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf dritter Stelle ist immerhin noch Carrier Prime. Und der ganze Rest stapelt sich dahinter eigentlich außerhalb. Vor allem auch die Kubros und die Kavats sind wir jetzt auch auf dieser Liste mit drauf. Aber womöglich, bald wird sich an dieser Liste was deutlich ändern. Denn bald kriegen wir noch einen neuen Mod. Und dieser neue Mod wird heißen Fetch. Und mit Fetch werden alle unsere vierbeinigen Begleiter, sei es nur Kavats oder Kubro, eben ausgerüstet werden mit können. Und die saugen dann ähnlich wie Vakuum von den Sentinels momentan eben den Loot auf. Ausgezeichnet möchte ich mal gerade an der Stelle sagen. Und mal mehr jetzt, darauf warte ich schon ein bisschen länger. Weil das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich meine vierbeinigen Begleiter niemals dabei habe. Weil eben sie keinen Loot ransaugen. Und das ist einfach eine Sache, ich bin halt faul mit der Zeit geworden. Und ich finde diesen Modus zu toll, als dass ich ihn loswerden will. Aber hey, wenn das erstmal unsere vierbeinigen Begleiter haben können, dann geht es auf jeden Fall direkt mal los damit. Apropos Begleiter, es gibt natürlich auch bald Roboter-Begleiter. Denn bei dem witzigen Händler Lex heißt der hier, also wie Beine, kann man eben aus seinen Robo-Begleiter sich eben zusammenschustern aus diversen verschiedenen Bauteilen. Die wir wahrscheinlich uns gegen Ruf kaufen müssen und dann eben mit den Materialien, die wir draußen fahren müssen, eben zusammenfuddeln gehen müssen. Und dann baut er uns die eben zu einem Roboter zusammen und dann können wir eben den mitnehmen. Zusätzlich, dass natürlich der Roboter ein Moor ist, also so ein Zweibeiner von den Corpus. Naja, die Optik wird auf jeden Fall deutlich anders sein als von dem Durchschnitts-Moor. Der wird natürlich womöglich die gleichen Geräusche machen wie die gegnerischen Moor. Aber jetzt von der Optik her, ich glaube, da ist schon genug Variationen dran, dass man sieht, oh nee, der muss von mir sein. Und was auch sehr cool ist, wir können so eine Art Persönlichkeitschip den einbauen, ob er eher aggressiv oder eher passiv oder whatever sein soll. Das finde ich allein schon mal eine sehr coole Idee. Und zusätzlich generell, um gerade ein paar Bilder noch zu dem Kollegen hier zu zeigen. Er sieht total knuffig aus und wird natürlich auch wieder spezielle Fähigkeiten haben. Womöglich zum Beispiel auch ähnlich wie die Moor jetzt im Spiel vor allem vielleicht welche haben, aber noch andere. Das Ding sieht jetzt schon mal toll aus und wird danach tolle Fähigkeiten kriegen. Wir können es natürlich auch leveln und so weiter und so fort, was schon mal cool ist. Und was wollte ich da gerade noch zu sagen? Oh ja, und da haben sie auch was gezeigt gerade zur Bewegung. Weil man muss sagen, viele unserer Begleiter sind ja eher, ich sage jetzt mal, die dümpeln zwar mit uns rum, aber die sind ja eher, ich sage mal so, die interessiert fast nicht, was wir gerade machen, sondern die machen ihr eigenes Ding mehr oder weniger immer. Und der Hintertyp, muss ich sagen, dieser Moor hat auf jeden Fall schon mal was, wo ich sage, Daumen hoch. Wenn wir am Rumschleichen sind, heißt man, uns rumducken, duckt der sich auch? Was ich bis jetzt noch von keinem Begleiter von uns gesehen habe. Weil ich habe noch nie gesehen, dass ein Kubo dann plötzlich sich neben uns hinhockt und sagt dann, haha, was ist denn da vorne? Sondern der nummert ja einfach nur mal einen rum. Aber nein, dieser Moor guckt sich tatsächlich unseren Herren und Meister an, das sind wir in dem Fall eher, und wird sagen, oh wann, weil da schleichen wir gerade? Okay, da schleiche ich auch. Und das sieht total lustig aus, finde ich auch noch dazu. Daumen hoch, sage ich mal, absolut Daumen hoch. Dann wurde noch was zu den Fortuna Bounties erzählt. Daran abgesehen, dass wir jetzt auch, wie es aussieht, wirklich Bounties Stück an Stück machen können. Das heißt, wir kriegen on the fly, wenn wir also draußen rumlaufen, unsere Belohnung, und können sofort weitergehen. Das ist, finde ich, immer noch sensationell. Die Idee allein schon dahinter. Da kann man wirklich vom Hütchen auf Stöckchen nachlaufen, durch die ganze Landschaft, und hat ständig neue Quests und neue Aufgaben am Start, und muss nicht alle zwei Minuten zurücklaufen, um zu sagen, übrigens, ich habe das gemacht, soll ich vielleicht noch was machen? Sondern wir haben quasi endlich das Funkgerät entwickelt, und sagt dann, hallo, kannst du übrigens noch dann das holen? Wäre total toll. Das ist schon mal eine super Änderung. Und, was aber viel wichtiger ist, wir kriegen neue Typen von Missionen, dort auch mal für die Füße geschmissen. Nämlich zum Beispiel sowas wie, so ein bisschen mehr globalere Missionen, wo gesagt wird, hey, könntest du einfach mal so 15 Drohnen töten irgendwo? Da wird nicht gesagt, an dieser einen Stelle musst du töten, sondern, seh halt zu, such dir halt ein paar Korpus, und töte halt Drohnen, die vielleicht dabei sind. Ja, bis es fertig ist. Oder es wird dann, was die Devs auch schon meinten, sammel uns, wie war es, töte einfach mal so viele Gegner, und sammel insgesamt so und so viele Credits von denen. Das heißt, man wird gesagt, hey, sammel doch mal 10.000 Credits vielleicht von Gegnern, die du erschießt. Das heißt, man wird nicht an irgendeiner bestimmten Stelle, wie gesagt, sondern einfach nur, mach mal ein Tumor. Und wenn man es geschafft hat, kriegt man auch gleich seine Belohnung, und dann geht es auch danach weiter. Finde ich sensationell, die Idee. Aber primär halt dieses, dass wir nicht zurück müssen die ganze Zeit, weil das war, was mich am meisten gekekst hat. Und dann kommt noch ein Mining-Rework, was natürlich nicht nur für Fortuna ist, sondern auch tatsächlich für die Planes of Eidolon. Und jetzt wird es nicht mehr so heißen wie, mach mal hier diese, wie heißt, malen nach Zahlen so ein bisschen, dieser Liniefolgenreihe, sondern tatsächlich wird es jetzt anders sein. Wir müssen so eine Art Geschicklichkeitsprobe machen, wir müssen einfach nur das Ziel draufhalten und an einem gewissen Punkt sagen, stopp. Und je besser wir das hindeichseln, desto besser kriegen wir den Loop dann daraus. Also nicht mehr wie vorher, dass wir dieser Linie folgen müssen lange. Wobei, ich muss sagen, sie sagten dann extra, ja, jetzt wäre es skill-based. Mal mal ernst, kommt drauf an, welche Maus ihr habt. Da war dieser Liniefolgen auch schon ein Stück weit skill-based in einer gewissen Weise. Aber ich sehe den Vorteil hier dran. Vor allem kann man das ein bisschen schneller unterm Stück machen. Und dann wurden noch ein paar Fragen beantwortet, wo die wichtigste ich am Ende aufführen werde. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Sachen wie, wird der K-Drive modbar sein? Die Antwort war danach ja. Oder Dinge wie, wann kriegen wir eigentlich diese neue Optiken für diese Corpus-Mission? Die kommt tatsächlich nach Fortuna erst raus. Schade, aber wie dem auch sei. Gut, dass wir trotzdem aber bald halt wenigstens kommen damit. Und dann wurde die Frage gestellt, wie es aussieht mit den Fischen auf Fortuna. Weil die Fische dort sind nicht mehr biologisch, sondern maschinell. Und dann wurde gesagt, ja, ihr habt zwar immer noch so eine Art Speer, den ihr benutzt, aber ihr werft den Fisch jetzt nicht einfach, sondern ihr müsst quasi eine bestimmte Ecke an dem Treffen mit so einem EMP-Sperer sozusagen, damit ihr den ausschalten könnt. Wird es womöglich also ein bisschen schwieriger sein, die zu treffen, frage Zeichen. Müssen wir mal gucken, wenn es dann soweit ist. Aber generell ist das schon mal auch interessant. Und zuletzt letztendlich mal die wichtigste Frage überhaupt. Wann kommt Fortuna raus? Ja, das ist womöglich die wichtigste Frage ever, in meinen Augen, bis es soweit ist. Und da haben die Devs schon gemeint, gerade im Zusammenhang nämlich mit dem Deathstream selbst, sie denken, dass kein Deathstream mehr rauskommen wird, bevor Fortuna kommt. Das heißt, man wollten innerhalb der nächsten zwei Wochen, sollte es soweit sein, sie meinten eher so, sie tun momentan anvisieren die erste Novemberwoche. Wobei natürlich wie immer an der Stelle würde ich sagen, wir sollten uns nicht zu sehr darauf einschießen, dass auf jeden Fall Fortuna kommt. Aber so Pima-Daumen wird es also wirklich bald höchste Eisenbahn und dann ist es soweit. Fortuna schlägt dann endlich auf und dann werden auch endlich alle Sachen, die momentan noch leicht unklar sind, dann offensichtlich sein. Denn dann haben wir sie endlich im Spiel. Zumindest am PC. Denkt dann, haben wir sie auf jeden Fall am PC. Die Frage kommt ja öfter mal, wann kommt der ganze Spaß, den ich heute immer erzähle. Also die ersten, die natürlich dann in Fortuna-Genuss kommen, werden natürlich die Leute am PC sein. Und wie immer, vier bis sechs Wochen danach, kommen auch die Konsolenspieler in den gleichen Genuss. Deswegen, falls einer jetzt nicht also fragt, wann das für ihn aufschlagen wird, das Antwort heißt erst mal später. Gut, und damit wären wir heute schon am Ende des Videos angekommen. Danke fürs Zubehörige anzuhören. Das war meine, in Anführungsstrichen, kleine Zusammenfassung vom Deathstream 118. Hm. War sehr viel Cooles bei, muss ich persönlich sagen. War wirklich viel Cooles bei. Bis dahin also erst mal und ciao. War wirklich cooles bei,